Hi, hier ist der Coach Marc wieder von Köln-Sport. Tag 2, eine Minute Fitness für dich. Lauf auf der Stelle. Super, mach direkt mit. Sehr, sehr, sehr gut. Atme ein, atme aus. Sehr, sehr, sehr gut. Box gleichzeitig in die Duft. Gut. Bleib stehen, kreist beide Arme nach vorne. Die Hände kommen über den Kopf zusammen. Dreimal, dreimal rückwärts. 2, 3. Sehr, sehr gut. Streck die Arme aus, mach einen leichten Ausgangsschritt nach vorne, kreist nach vorne aus dem Schultergelenk. Kleine Kreise. Beinwechsel. Jetzt ist das linke Bein vorne, kreist rückwärts. Sehr, sehr, sehr gut. Beinwechsel. Rechtsbein wieder nach vorne. Linksbein wieder nach vorne, rückwärts kreisen und der Lauf wieder auf der Stelle. Eine Minute Fitness täglich für dich von LQ bei Köln-Sport. LQ steht für Lebenspolitik. Sehr, 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 sehr gut. Das war's. Bis morgen. Eine Minute Fitness für dich. Dein Coach Marc bleibt dran. Yes. kids. 4 4 Bis zum nächsten Mal.